Kennst du auch diese Zielsetzungsrunden oder diese Zielsetzungsmeetings, wo ihr zusammensitzt, von oben strategische Ziele vorgegeben bekommen habt und ihr nun festlegen sollt, welche Ziele ihr im Jahr, im Quartal oder im Monat erreichen wollt oder sollt? Kennt ihr diese Runden, wo ihr das Gefühl habt, ihr seid in einer Runde von Kaffeesatzleserei, wo ihr bestimmte Zahlen festlegt, wo ihr gar nicht wissen könnt, ob das nun erreichbar ist und ihr gar nicht genau wisst, ob die Rahmenbedingungen überhaupt dazu bestimmt sind, dass ihr solche Ziele erreichen könnt? Kennst du diese Runden, wo es darum geht, eigentlich mit viel Arbeit und mit viel Zeitaufwand bestimmte Formalien zu erfüllen? Sehr häufig werden ja diese Zielsetzungskreise auch noch mit bestimmten Modellen hinterlegt, um diesem Kaffeesatzlesen einen Rahmen zu geben. Der bekannteste Rahmen, der dir vielleicht bekannt ist, sind diese Smart-Ziele. Smart wie das Auto geschrieben und Smart, da steht das S für spezifisch, das M für messbar, das A für attraktiv oder manche sagen auch akzeptiert, das R steht für realistisch und das T steht für terminiert. Da werden viele Ausbildungsrunden und Schulungsrunden gemacht, um ein gemeinsames Verständnis zu haben für die Smart-Ziele, aber im Grunde genommen bleibt es doch dabei. Es bleibt immer noch Kaffeesatzleserei oder der berühmte Blick in die Glaskugel. Ein anderes Modell, was sich wohl auch durchgesetzt hat, das ist Objectives and Key Results, was im Grunde genommen der freiwilligen Sache schon etwas näher kommt. Das Objective steht für Ziele und das Key Results, das sind eben halt die Kennzahlen. Aber immerhin geht es immer noch darum, von oben strategische Ziele vorgegeben zu haben und ihr solltet über Objectives and Key Results eure Kennzahlen festlegen. Manche verzichten auf die Kennzahlen, weil sie auch schon wissen, dass die ohnehin keinen Sinn machen. Aber auch hier braucht ihr, um ein gemeinsames Verständnis zu haben, viele Schulungen, Abstimmungsrunden, was für ein Aufwand für den Blick in die Glaskugel. Zudem haben diese Zielsetzungen auch noch einen erheblichen negativen Einfluss auf dich persönlich, auf die Mitarbeiter persönlich. Also einmal die Emotionen, es sind keine positiven Emotionen, es sind negative Emotionen. Warum? Weil plötzlich Erwartungshaltungen von anderen erfüllt werden sollen. Manchmal sind da sogar Ängste mit verbunden, dass man sich die Frage stellt, oh, was mache ich, wenn ich die Ziele nicht erreiche? Jetzt steht gegebenenfalls die Verlängerung meines Arbeitsvertrages an. Was kann ich nur tun, um tatsächlich diese Ziele zu erreichen? Und das verschafft mir selber ein sehr ungutes Gefühl. Die nächste Frage, die sich stellt, ist mein Engagement. Mein eigentliches oder mein eigenes Engagement, meine Talente und meine Fähigkeiten gehen eigentlich eine ganz andere Richtung. Ich bin auch der Meinung, dass ich mit diesen Zielen, die da von oben vorgegeben werden, gar nicht einverstanden bin. Vielleicht, weil sie mich auch gar nicht tangieren, weil sie mit meiner Arbeit eigentlich gar nichts zu tun haben. Und ich soll dort irgendwelche Zielsetzungen reinschreiben, obwohl ich sie gar nicht beeinflussen kann. Das heißt, das Engagement, was ich selber habe oder was du hast, das läuft irgendwie ins Leere. Und dann stellt sich auch die Frage, was macht denn das mit den Beziehungen im Team? Ihr merkt vielleicht, dass der eine leistungsfähiger ist, der andere weniger leistungsfähig ist. Und plötzlich merkt ihr, dass der eine mehr tut als der andere, was ja auch ganz normal ist. Aber dadurch entsteht ein Unfrieden im Team, was die Teamzusammensetzung sehr belastet. Und du dir manchmal abends die Frage stellst, was habe ich heute Abend gestrampelt? Die anderen haben nicht richtig mitgemacht. Und du dann gegebenenfalls auch zu der Lösung kommst und sagst, dann mache ich eh mal morgen auch nicht mehr so viel oder in der nächsten Woche auch nicht mehr so viel, wenn die anderen nichts tun. Und ihr merkt schon, was für eine Schwierigkeit das ist. Und ich höre immer wieder, dass es so viele Menschen gibt, die einfach unglücklich sind und von Wochenende zu Wochenende wirklich arbeiten müssen, wo Arbeit kein Vergnügen ist. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du keinen Sinn in der Arbeit siehst. Weil der Sinn der Arbeit soll ja darin liegen, im optimalen Falle, dass du deine eigenen Talente einbringen kannst. Dass du deine eigenen Fähigkeiten ausspielen kannst. Deine Kompetenz, die du über die Zeit erworben hast. Und wenn das nicht geht, wenn du nur damit beschäftigt bist, Arbeiten zu erledigen, die nicht deinen Talenten entspricht, dann führt das zu einer Sinnentleerung. Dann stellt sich die Frage, was mache ich da überhaupt? Und irgendwann kommt dann der große innere Frust. Und zu guter Letzt ist es auch noch so, wenn ihr dann die Ziele erreicht, dann nehmen die Erfolge meistens andere in Anspruch. Und das Nicht-Erreichen von Zielen wird euch angelastet. Kennt ihr das? Diese Rechtfertigungsrunden, wo ihr dann sagt oder die Frage stellt, ja sorry, wir konnten ja nichts dafür, wenn wir waren die Ziele falsch, die Rahmenbedingungen waren falsch oder was auch immer. Oder es haben nicht alle mitgespielt, so wie man mitspielen sollte. Und ihr merkt plötzlich, dass euer eigenes Zutun überhaupt keine Bedeutung hat. Eine völlige Abwertung erfährt. Also diese Faktoren, dass das Wohlbefinden ausmacht, die gehen verpuffen, die gehen ins Leere. Und da stellt man sich die Frage, macht es wirklich Sinn, derartige Zielsetzungsrunden zu machen? Das heißt also auch das gesamte Teamgefüge. Ihr seid plötzlich als ein Team ein Rädchen im großen Getriebe und vielleicht bist du ja auch Führungskraft und du merkst, du bist der Einzige, der die Zielsetzung oder die Zielerreichung rechtfertigen muss. Warum? Weil deine Kollegen sich hingesetzen und sagen, ja dafür bist du ja unsere Führungskraft. Du musst das nach oben weitergeben und du bist eben halt in dieser berühmten Sandwich-Situation, dass du von oben einen bestimmten Erwartungsdruck hast und von unten keine Unterstützung erfährst. Und in dieser Sandwich-Situation zerreiben sich so, so viele Führungskräfte, wo man sich manchmal wirklich die Frage stellt, ist das System, so wie wir es momentan haben, noch das Richtige? Es hat aber auch aus unternehmerischer Sicht einen ganz fatalen Nachteil. Diese Zielsetzungsrunden und das Quantifizieren von Zielen bringt einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil mit sich oder ist verbunden mit sehr hohen Personalkosten oder auch externen Kosten. Denn wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ihr braucht für die Festlegung von smarten Zielen oder von OKRs, erstmal Schulungen von außen oder von Experten von innen, was natürlich erstmal nicht nur einen Kostenaufwand für die Berater mit sich bringt, sondern auch internen Arbeitsaufwand, um ein entsprechendes gemeinsames Verständnis herzustellen, was denn smarte Ziele oder OKR-Ziele überhaupt sind. Und jetzt, als wenn das nicht genug wäre, gibt es in den Unternehmen ganze Unternehmensebenen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als Ziele festzulegen, beziehungsweise die Daten zu erheben, Ziele festzulegen und dann die Ziele auch rechtfertigen zu lassen. Das heißt, es gibt ganze Teams, die nur damit beschäftigt sind, manchmal hat man das Gefühl, ein Drittel ihrer Arbeitszeit, um Datenmaterial zu sammeln für die strategischen Ziele. Und sehr, sehr oft zeigt es sich oder stellt sich heraus, dass dieses Datenmaterial gar nicht richtig ist, dass es falsch ist, weil die Datenquellen nicht stimmen oder weil diejenigen, die die Daten zur Verfügung gestellt haben, dort schon gravierende Fehler gemacht haben oder man alte Zahlen, die nicht stimmen, herangezogen hat. Ein weiteres Drittel dieser Führungsebenen oder meistens das Controlling ist damit beschäftigt, diese Ziele dann aufzubereiten, in schöne Folien zu gießen und sie dann vor allen Dingen an die entsprechenden Teams oder Abteilungen weiterzugeben, also runterzukaskadieren. Das ist ein erheblicher Aufwand, wo man sich die Frage stellt, ist doch sowieso Kaffeesatzlesen oder der berühmte Blick in die Kristallkugel. Was ich aber als noch viel schlimmer empfinde, das sind die großen Rechtfertigungsrunden, was ein weiteres Drittel dieser Arbeit ausmacht. Das heißt, wenn ihr eure Ziele erreicht habt, dann klopft sich meistens die Führungsebene auf die Schulter und sagt, haben wir doch gleich gesagt, dass sie das können. Die haben sich selber nicht zugetraut. Gut, dass wir so anspruchsvolle Ziele gesetzt haben. Erreicht ihr diese Ziele nicht, dann wird es schwierig für euch. Dann kommt ihr in die Rechtfertigung. Ich kenne diese Rechtfertigungsrunden. Was für Energieräuber das sind, was für eine schlechte Stimmung da entsteht und wo es eigentlich nur noch darum geht, mitzuteilen, warum die Ziele nicht erreicht wurden, entweder weil die Rahmenbedingungen nicht bestimmt haben, wie zum Beispiel der Markt oder die Kunden nicht mitgespielt haben, was auch immer man sich da einfallen lässt. Also eine sehr unerfreuliche Situation, die dieser ganze Zielsetzungsprozess so mit sich bringt. Nun stellt sich die Frage, was ist denn die Alternative? Und ich darf euch sagen, die Alternative ist ganz einfach. Stellt euch vor, du oder dein Team, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, jeden Monat oder jeden Tag besser zu sein als gestern. Das heißt, ihr braucht gar keine Zielsetzungsorgien zu machen, sondern ihr habt bereits die Grundlage für eure Ziele, das ist nämlich die Ergebnisse des vorigen Monats oder Tages und könnt darauf aufbauen. Das heißt, ihr braucht gar kein großes Zahlenmaterial. Und vor allen Dingen spielt hier die intrinsische Motivation eine große Rolle. Denn es ist intrinsisch in jedem Menschen angelegt, dass er sich entwickeln will. Jeder Mensch will sich entwickeln. Man kann auch sagen, ein Mensch kann sich nicht nicht entwickeln. Und hier fällt mir der Aki Watzke ein. Die Fußballprofis unter euch mögen Aki Watzke kennen. Aki Watzke war der langjährige Präsident von Borussia Dortmund. Und er ist in einem Interview mal gefragt worden, ob Borussia Dortmund in diesem Jahr Deutscher Meister werden muss. Und dann hat Aki Watzke ganz trocken geantwortet, wisst ihr, hier bei uns im Ruhrpott müssen wir nicht Deutscher Meister werden. Wir sind und unsere Zuschauer sind schon zufrieden, wenn wir das Gefühl haben, dass jeder sein Bestes gegeben hat. Was für ein wunderbares Schlusswort. Wenn du mehr über uns und den New Worker Podcast und über unseren New Worker Club und über den New Worker Hotspot erfahren willst, so besuch doch einfach unsere Webseite. Hier kann ich dir vor allen Dingen unseren New Worker Hotspot im November ans Herz legen. Bei diesem New Worker Hotspot ein wirklich grandioses Event. Da wirst du erleben, was es bedeutet, ein New Worker zu sein. Du bekommst eine Idee davon, wie eine Arbeitswelt aussehen kann und wie Arbeit aussehen kann, die du wirklich, wirklich wählst.